Moin Moin, ich bin Christina Kolbe vom Reporter. Wir sind heute im Autohaus Sänger, wo der neue T-Rock auf uns wartet. Herr Hirsch hat das Auto schon startklar und wir steigen jetzt mal ein und schauen, was der Wagen so zu bieten hat. So, dann wollen wir mal starten. Wir sitzen jetzt hier im... Neuen T-Rock. Im neuen T-Rock. Wunderbar. Wir freuen uns auf eine schöne Probefahrt und wollen mal schauen, was da jetzt so unter der Haube steckt. Jawohl, dann legen wir mal los. Herr Hirsch, wie sieht es denn aus mit der Zielgruppe für das Auto? Wer hat hier besonderen Spaß dran? Ja, die Zielgruppe bei dem Fahrzeug ist wirklich von jung bis alt. Auch Fahranfänger mit 18 Jahren finden dieses Auto einfach nur schön. Aber das Fahrzeug ist eben halt nicht so bullig wie die anderen Fahrzeuge. Meistens sind die Geländefahrzeuge ja immer ein Stückchen höher und sind sehr, sehr bullig. Und das Fahrzeug ist eben halt klein, wendig und deswegen für alle Altersgruppen eben halt gedacht. Ja, das heißt, da hat man schön Wendekreis. Richtig, genau. Ja, zum Thema Sicherheit ist das Fahrzeug natürlich mit allen modernen Systemen ausgerüstet. Ob das jetzt der Lane Assist ist, der einen in der Spur hält. Ob das die aktiven Bremssysteme sind. Und das heißt also, wenn ihn tatsächlich in der Stadt, als Beispiel ein Kind fürs Auto läuft, bremst das Auto automatisch. Also er ist wirklich mit den modernsten Systemen ausgerüstet. Das Fahrzeug geht los bei der 115 PS Motorisierung und Sie können das Fahrzeug bis zu 190 PS aufrüsten. Oh, Wahnsinn. Das heißt von 0 auf 100 in? Ja, sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Ruckzuck dabei. Genau. Was ist denn so ganz typisch VW an dem Auto? Ja, natürlich die Sicherheitssysteme. Dass da natürlich alles auf dem aktuellen neuesten Stand ist. Die Qualität des Fahrzeuges. Hier klappert und klötert nichts in dem Fahrzeug. Was natürlich sehr, sehr gut ist, sind immer die Spaltmaße bei Volkswagen. Das heißt also, alle Bauteile sind entsprechend mit ganz geringen Spaltmaßen ausgerüstet. Was ist ein Spaltmaß? Spaltmaß ist zum Beispiel der Abstand von dem Kotflügel zur Motorhaube. Okay. Jetzt müssen wir nochmal über den Preis sprechen. Was kostet denn der Spaß so in der Grundausstattung? Ja, das Fahrzeug geht los bei 20.390 Euro. Ja, und nach oben sind fast wie immer keine Grenzen gesetzt. Also Sie können so ein Fahrzeug auch, wenn Sie alle Systeme, großen Motor, alles mit Reime stellen, landet man auch zwischen 35.000, 40.000, 42.000 Euro. Aber Grundpreis bei 20.390 Euro. Es gibt aber ja auch eine ganze Menge Extras zu dem Auto, die man so dazu kaufen kann. Da kann man wahrscheinlich ankreuzen, dies, das und jenes. Was ist denn da so, sag ich mal, das Exklusivste? Wo ist das letzte Kreuzchen, was man noch setzen kann? Also man kann da viele Sachen neu dementsprechend auch mit ankreuzen. Da gehört zum Beispiel das Aktiv-Info-Display dazu. Das heißt also, Sie haben nicht mehr die berühmten Zeiger, die in die Geschwindigkeit und alles weiter anzeigen, sondern es ist alles in Digitaltechnik. Ja. Hat zum Vorteil, dass Sie jetzt zum Beispiel auch in diesem Fahrzeug, wenn Sie die Navigation anhaben, dann haben Sie die Kartendarstellung nicht immer nur im Radiobereich, sondern Sie können das ins Display rein projizieren, dass Sie also auch die Kartendarstellung im mittleren Bereich haben. So brauchen Sie nur immer kurz gucken. Ja, das ist praktisch. Ja, wollte ich gerade sagen. Wie ist es denn so mit dem Platz? Kriege ich meinen Wocheneinkauf hier gut untergebracht? Ja, das kriegen Sie natürlich. Der Kofferraum hat natürlich die entsprechende VW-Größe. Was bei dem Kofferraum noch schön ist, Sie haben auch hier einen doppelten Ladeboden mit drin. Das heißt also, wenn Sie die berühmte Getränkekiste haben, dann ist sie wie beim Kombi auch auf einer vernünftigen Höhe, sodass Sie eben halt den Rücken dadurch entlasten können. Und wenn Ihnen einfach die Zentimeter von der Höhe her fehlen, dann legen Sie einfach den doppelten Ladeboden eine Stufe tiefer und schon können Sie ihn halt wesentlich mehr beladen. Und was bei dem Fahrzeug noch schön ist, ist der Tempomat. Sie haben also einen ganz speziellen Tempomat drin. Wenn Sie als Beispiel auf der Autobahn unterwegs sind, haben Sie den Tempomat auf 120 eingestellt. Es kommt eine Baustelle mit 80, der vor Ihnen bremst ab. Dann brauchen Sie den Tempomat nicht nur justieren, sondern der Tempomat passt sich dem Vordermann an. Und darüber kann man sich dann ja auch auf der Automeile am 6. Mai bei Ihnen am Stand informieren. Wie viele Autos haben Sie im Gepäck? Also wir werden zwischen 8 und 10 Fahrzeuge mitbringen. Darunter auch ein Elektrofahrzeug, den kleinen Abwärmer mitbringen, dass man sich den Wagen dann auch mal live angucken kann, wie das Ganze funktioniert mit Elektromotoren. Ja, und dann hoffen wir einfach, dass es ein schöner Tag wird. Das hoffen wir auch. Und wir sehen uns am 6. Mai auf der Automeile. Ich bin Christina Kolbe, das war der Reporter und wir haben aus Tolstein im Blick.